Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einem mobilen Begleiter in Form eines Notebooks. Unter anderem gibt es aber auch ein paar Grundkriterien, die ein Notebook für mich auf jeden Fall mitbringen sollte. Zum Beispiel ein 14-Zoll-Display, maximal 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Das Ganze soll kompakt und leicht sein, eine M.2 SSD bieten, einen Dockingstation-Anschluss, mehrmals USB 3.0 in Typ A und C und das Ganze soll, wie gesagt, leicht kompakt und schön aussehen. Und nach langer Recherche bin ich dann auf ein Produkt gestoßen, was so mein Interesse geweckt hat und das ist das HP Elitebook 1040 G3 und das schaue ich mir heute an. Mal schauen, ob das hier meinen Erwartungen gerecht wird. Damit würde ich sagen, legen wir los. So, mit diesen Kriterien und so ein, zwei Gedanken zur Hardware habe ich natürlich auch so ein gewisses Ziel und mein Ziel ist es ganz klar, hier einen mobilen Begleiter zu haben, mit dem ich ab und zu mal ein bisschen Photoshop betreiben kann, aber auch so hier und da mal ein bisschen in Full-HD das Ganze Premiere Pro, so ein bisschen Videoschnitt betreiben kann. Und hier hat sich das Ganze im Grunde dann angeboten, das 1040 G3 mal zu testen. Das 1040 G3 gehört mit 14 Zoll noch zur Kategorie der Notebooks und kostet in dieser Konfiguration läppische 1400 Euro. Eine Menge Geld auch für mich und dafür bekommt man allerdings auch hier unter anderem ein sehr geiles Design, aber auch Materialien sowie die Verarbeitung sind auch hier typisch Elitebook auf sehr hohem Niveau. 14 Zoll sind für mich noch okay, größer bitte nein danke und das Display kommt mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, somit mit Full-HD und basiert auf einem TN-Panel. IPS wäre geil, gerade auch in Bezug auf die Blickwinkelstabilität. Die ist auch so noch ganz okay, wobei das Bild auf der vertikalen Achse schneller einbricht als auf der horizontalen. Das ist an sich aber okay, falls mich das Ganze doch in Zukunft denn zu sehr stört, kann ich durch die Anschlussvielfalt auch bis zu zwei externe Monitor betreiben, einerseits über HDMI oder ich verbinde das Gerät mit einer Dockingstation. Was mir sehr wichtig war, mindestens dreimal USB 3.0 und die sind auch hier dank USB 3.0 Typ A und C gewährleistet. Was leider fehlt, ist ein Kartenleser, schade, aber der gehört für mich schon irgendwo zum absoluten Standard und damit auch hier ein Minuspunkt für das 1040 G3. Kommen wir damit aber mal zur technischen Seite. Mein Gerät bietet einen i5-6200U mit 2x2,3 GHz und Hyperthreading, sowie 8 GB DDR4 und einer 256 GB M.2 SSD. Das 1040 G3 ist somit also technisch auf aktuellem Stand und damit dürfte eigentlich auch klar sein, dass dieses Gerät auch niemals für den Gaming-Bereich konzipiert wurde und das natürlich auch gar nicht mein Ziel war, sondern hier einen kleinen technischen Begleiter zu haben, mit dem ich ab und zu auch mal etwas Produktives umsetzen kann. Ein weiterer Punkt, der mir persönlich sehr wichtig war, ist eine beleuchtete Tastatur und die gibt es auch. Insgesamt kann ich die hier in drei Stufen anpassen, aus, an und gedimmt. Die schwarze Chiclet-Tastatur ist flach, aber dennoch empfinde ich persönlich den Druckpunkt der Taster als sehr angenehm. Das Touchpad wiederum fügt sich optimal in das gesamte Designkonzept ein und bietet zwei physische Taster. Zusätzlich weist es mich aber auch nochmal darauf hin, dass das 1040 G3 mit NFC kommt, cool, aber irgendwie für mich im Moment total irrelevant. Designtechnisch ist das 1040 G3 in meinen Augen einfach super sexy, dezent, edel und vor allem die kompakte Bauhöhe in Kombination mit der Haptik und ja, einfach das Ganze drum und dran. Ich persönlich finde es einfach mega geil. Was man dabei niemals vergessen darf, ist gerade hier im Notebook-Bereich, die Optik über alles andere zu stellen, ist im Grunde sowas von sinnbefreit und oftmals ist es so, wenn man doch zu viel Wert legt auf diesen optischen Faktor, muss man hier und da auf das ein oder andere Feature verzichten. Für mich persönlich sehr wichtig ist die Erweiterbarkeit. Nachdem ich die gefühlt 100 Schrauben gelöst hatte, konnte ich den Deckel endlich abnehmen und innen dann die nächste Enttäuschung. Der Arbeitsspeicher ist verlötet und das, meine Freunde, ist die schlechteste Entwicklung, die der Markt in meinen Augen seit Jahrtausenden irgendwo gesehen hat, weil damit bin ich als Kunde quasi einfach schon den Machenschaften der Hersteller ausgeliefert. Ich muss mich quasi jetzt schon festlegen vor dem Kauf, wie viel Arbeitsspeicher ich jetzt brauche und vielleicht auch in Zukunft. Wenn ich jetzt aber 16 GB kaufe und die in Zukunft niemals brauchen werde, dann habe ich hier jede Menge Geld zum Fenster rausgeworfen. Andererseits habe ich hier jetzt die Version mit 8 GB und ich garantiere euch, davon kann ich nicht einmal die vollen 8 GB nutzen, sondern irgendwas wieder im Bereich von 7, irgendwas. Ja, sorry, aber das ist wirklich ein Punkt, der mich schon oftmals zur Weißglut gebracht hat und deswegen muss ich mich hier gerade echt schon zusammenreißen. Deswegen würde ich sagen, switchen wir das Ganze kurz und schauen mal, was uns hier SSD-technisch erwartet. Die M.2 SSD stammt von Sandes und ich bin mal gespannt, was die so kann. Ansonsten gibt es auch hier keinerlei Spielraum für eine zweite 2,5 Zoll Festplatte oder SSD und damit ist auch diese Upgrade-Option extrem begrenzt, im Grunde also hier gegen 0. Schön zu sehen ist aber auch die Kühlkonstruktion für den i5, zwei Heatpipes und zwei Lüfter. Kommen wir damit zum Performance-Test und der wird jetzt hier leider, muss ich wirklich so zugeben, etwas kompakter ausfallen als eigentlich ursprünglich angedacht, denn das System kommt hier, anders als angegeben, mit Windows 7 anstatt von Windows 10. Warum, weshalb, wieso? Keine Ahnung. Trotzdem, und der SSD sei Dank, startet das G3 schon schnell, gut mit Windows 10 wäre es natürlich noch schneller, wobei schnell auch ein gutes Stichwort ist, wie schnell ist die Sandest M.2 SSD? Crystal Dismark zeigt, dass die M.2 SSD super fix ist, aber verdeutlicht auch, dass es sich hierbei um eine SATA AACI angebundene M.2 SSD handelt. So oder so ist die SSD schnell und wie groß jetzt der Benefit von einer NVMe SSD wäre, sei einfach mal dahingestellt. Abseits dessen ist das 1040 G3 sehr schnell und reicht für alles aus, bis auf Videoschnitt und Gaming. Videoschnitt mit Premiere Pro CC, was irgendwo auch so jetzt angedacht war für das 1040 G3, ähm, im Grunde nein, vergiss es. Also hier muss ich ganz klar sagen, von diesen 8 GB, die das 1040 G3 bietet, stehen letztendlich nach Abzug aller blablabli blablub 7,88 GB zur Verfügung. Das System alleine braucht schon im Leerlauf 3 GB, aufgrund dessen, dass von der PEMA wieder so viel im Hintergrund mitläuft, dass ich mir denke, ja, eine Optimierung von dem ganzen Stuff wäre cool, das mal runterzuschmeißen. Alternativ natürlich auch die Neuinstallation, aber das ist halt jetzt hier auch nicht Teil des Projektes. Aber zurück zum Thema, Adobe Premiere Pro CC und auch hier würde ich das Ganze einfach nur mal mit einer klassischen Tech Battle-Folge realisieren, beziehungsweise testen. Ich weiß aus Erfahrung, dass Tech Battle im Schnitt ca. 3 bis 4 GB benötigt an Arbeitsspeicher. Wenn ich mich dann noch in der Timeline hin und her bewege, dann natürlich noch mehr. Und ihr könnt irgendwo wahrscheinlich auch irgendwo alle rechnen, deswegen sollte euch auch klar sein, das funktioniert niemals mit den verbauten 8 GB DDR4 verlöteten Arbeitsspeicher. Was mir dann noch aufgefallen ist, dass die beiden Lüfter getrennt voneinander arbeiten, zum Glück. Aber auch so ist das Gerät schon irgendwie wahrnehmbar. Es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, ja, das ist relativ Bockwurst. Aber ich persönlich finde, gerade bei einem mobilen Begleiter, den ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem leisen Büro mitnehme oder auch irgendwo allgemein jetzt zu Hause betreibe, finde ich jetzt irgendwo nichts Schlimmeres, als ein lautes Gerät zu haben. Klar, aufgrund der kompakten Bauhöhe ist es auch so, dass diese kleinen süßen Lüfter natürlich schneller drehen müssen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen wie ein größerer Lüfter. Aber trotzdem ist das Ganze hier bei dem 1040 G3 wahrnehmbar und damit halt so irgendwo auch so ein bisschen uncool. Ja, Freunde, das ist das 1040 G3 von HP aus der Elitebox-Serie. Insgesamt ein richtig schönes Gerät, gerade auch die Kombination aus Leistung, gepaart mit der Verarbeitung, den Materialien und natürlich auch hier wieder einmal, und das muss ich einfach mal so ansprechen, diesem Designfaktor, der einfach super geil ist in meinen Augen, gibt es hier trotzdem so ein paar Punkte, wodurch das Gerät für mich persönlich jetzt in diesem Moment uninteressant ist. Zum Beispiel der fehlende Kartenleser in Kombination mit dem verlöteten Arbeitsspeicher und das dann wiederum gepaart mit der Lautstärke. Und aus diesem Grund muss ich einfach sagen, Sorry, HP, aber das 1040 G3 ist damit leider raus. Aber hey, das Ganze ist kein Weltuntergang, denn die Alternative, die bessere Alternative, habe ich auch hier schon in meinen Händen, und zwar das HP Elitebook 820 G3, was ich hier dank meines neuen Arbeitgebers in meinen Händen halten kann. Ausgestattet mit einem i7 16 GB DDR4, die erweiterbar sind, und einer 256 GB M.2 SSD, ist das Ganze einfach hier die bessere Lösung im Vergleich zu dem 1040 G3, weil das einfach alles bietet, was ich benötige. Es ist etwas kompakter und etwas weniger elegant und sexy, aber okay, insgesamt einfach die bessere Alternative im Vergleich zu dem 1040 G3. Ja, Freunde, das war heute mal etwas anderes als diese typische und klassische Hardware, aber ich persönlich finde einfach gerade diesen Notebook-Bereich mit diesen kompakten kleinen süßen Geräten super interessant und deswegen habe ich einfach mal die Chance ergriffen und ein Video in diesem neuen Umfeld hier kredenzt. Was sagt ihr zu diesem Style, diesem Look, die quasi diese neue Studie, diesen ganzen technischen Equipment verleiht? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, außer nochmal ein Dankeschön an HP für das 1040 G3. Damit sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das steht ganz klar in den Startlöchern. Bis dahin, eine entspannte, harter Zeit. Bis neulich und ciao!